Die Corona-Pandemie gibt Europol zur Folge auch der Cyberkriminalität deutlichen Auftrieb. In der Pandemie habe sich die Digitalisierung beschleunigt, das nutzen Verbrecher aus. Das geht aus dem neuesten Bericht der Polizeibehörde zu Trends bei Internetkriminalität hervor, der am Donnerstag in Den Haag veröffentlicht worden ist. Da die Cyberkriminellen weiterhin auf die aktuellen Maschen setzen, sollen Internetnutzer, egal ob privat oder beruflich, weiterhin mit Bedacht vorgehen. Die Pandemie befeuert die Entwicklung. Hackerbanden nutzen aus, dass Menschen jetzt mehr zu Hause arbeiten und richten gezielte Attacken auf Firmennetzwerke, um noch höhere Lösegelder zu fordern. Betrüger missbrauchen die Angst vor einer Corona-Infektion und der sexuelle Missbrauch von Kindern im Internet habe zugenommen, da Kinder gerade während Lockdowns viel mehr Zeit online sind. Verbrecher missbrauchen schnell die heutigen Umstände, um ihre Profite zu erhöhen, ihre Tentakel auf verschiedene Gebiete auszuweiten und Schwächen von Systemen, Krankenhäusern oder Einzelpersonen offen zu legen, heißt es in dem Bericht. Eine der Hauptbedrohungen sind Europol zur Folge organisierte Attacken mit schädlicher Software. Während Massenangriffe auf viele Computer zurückgehen, sehen die Ermittler nun eine Zunahme von gezielten Angriffen auf Netzwerke großer Unternehmen und öffentlicher Institutionen. Die Behörde warne zudem vor zunehmendem Betrug. Der Boom beim Online-Shoppen durch die Pandemie habe auch zu einem Boom beim Betrug geführt. Kriminelle würden auch zunehmend mobile Mailware, also Schadsoftware, entwickeln, um Sicherheitsschranken von Banken oder Firmen zu umgehen. Deutlich gefährdeter seien nun vor allem auch Kinder, heißt es in dem Bericht weiter. Sie seien während der Pandemie weitaus häufiger online aktiv und auch unbeaufsichtigt. Kriminelle nutzen dies aus, warnt Europol. Sie würden sich mit gefälschten Identitäten an die Kinder heranmachen, beim Gamen oder auf sozialen Netzwerken und sie zu sexualisierten Positionen und Handlungen vor der Webcam nötigen. Diese würden dann aufgenommen und weiter im Internet verbreitet. Bis zum nächsten Mal.